hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen sonntagmittag es ist zwölf uhr solltet ihr gerade beim mittagessen sitzen wünsche euch na klar besten appetit lasst es euch schmecken und was ich heute essen werde mal schauen ja ich sage aber erst mal danke dass er heute euch wieder die zeit nimmt um die hier ein video von mir anzuschauen vielen vielen dank dafür und ja ich wollte eigentlich weiter dreschen gewundert warum wenn ich weiter mit fährt also voll ist er nicht gewesen der kollege jetzt dreht er einfach wieder um das ist doch alter und ihr habt ihr wieder alles kaputt gefahren ist das herz liebster was ich möchte denn jetzt manchmal muss man doch nicht verstehen was die helfer und helferleinchen da so veranstalten was haben wir jetzt man frau oder die sind wir mal wieder irgendjemand hier bezichtigen eine dame eine wundervoll hübsche dame also die gefällt mir sehr gut fertig menschen warum ist denn hier eigentlich keine radlewicht dran wenn die sammer ist da hin aber auch mal sehr mehr mal so sagen ja aber ich wusste noch gar nicht so aussehen da ihn fähler schwanz habe auch sehr nett danke so wollen wir weiter fahren fahren und fahren ist immer eine schöne sache wir fahren und ernten machen schöne sachen so wenn er dann gleich wieder der abfahrer wieder unterwegs ist dann wäre wir noch ein oder anderen ballen fressen ich mal die dame jünger frau könnten sie freundlicherweise noch einmal zu uns stoßen bei uns erscheinen und ja uns mal bitte abtanken das wäre sehr nett danke ja man muss ja heute wirklich aufpassen was man sagt dass man genauen ton trifft dass man ja auch gescheit ausdrückt bei manche wörter könnten ja in den falschen hals geraten naja guck mal naja 91 prozent da hat sich jetzt habe ich gekippt immer abbleiben und die ist hier schön am am sehen und grüße gehen an dieser stelle raus an den party meets ja einer meiner längsten zuschauer auf meinem kanal und auch auf twitch so noch mal hier weiter ballen pressen wenn die vergessen du musst anhalten wobei 100 prozent bis solltest du mal oder davor sonst waren wir mal fahren ist die klappe aufjahren alles klar jetzt können wir ja ich glaube nicht da allzu weit kommen werden aber das ist doch eine schwatte oder moment ls 22 auf einer mod map unterwegs dann möchte ich schwatte ja da kann ich hier kann man mit schwatt zu sagen aber dabei das kind schwatten schwädchen ein schwädchen kein schwede ein schwädchen so ach ich muss erst den ballen abladen jetzt kann er ja den anderen gar nicht da raus drücken ach wie aufregend ist das alles aufregend aha jetzt hat er raus so jetzt tut er entwickeln und wenn er gleich fertig ist dann labern wir auch noch ab und dann fahren wir wieder ja ich bin mal gespannt es gibt ja heute noch eine folge vielleicht schaffen wir heute das ende der ersten bahn des selber drücken das wäre schon elefant das wäre echt schon gigantisch wenn man eine bahn schaffen hier zu drücken so So, kann man hier wieder stopp machen, dann können wir mal hier weiter sammeln, achso, wenn ich nur mit dem Motoren mache, naja, danke, danke für den zarten Hinweis, so lieb das ist, ein zarter Hinweis, mit Gefühl, zeigt mir, dass du auch meine sensible Seite siehst und nicht nur der Indie, der da mal draufhaut, der mal rumschaut, der mal rumbrüllt, ja, ich kann auch anders, ja, Freunde, ich kann auch anders werden, ne, also, das wollen wir ja mal nicht so, ne, er mag ja lieber nett aussehen, aber, ne, ich bin nicht immer lieber nett, auch wenn da da mal alle sagen, ne, 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 hä, wir müssen da irgendwo noch zwei Ballen liegen, oder nicht, das Feld dauert ja noch ein bisschen, vielleicht finden wir noch zwei, da werden wir sie dann finden, oh, wird es uns gelingen, sie zu finden, ja oder nein, hopp oder top, friss oder stirb, Bonny oder Kleid, ich entscheide mich lieber für Bonny, nicht für das Kleid, Kleider stehen mir nicht so gut, also als Mann muss ich sagen, Kleider stehen mir nicht gut, ja. Das wird der eine oder andere sagen, Andy, hast du uns irgendwas zu erzählen, warum, warum sollst du euch irgendwas erzählen wollen? Also ich habe eine Kindheit nicht, äh, äh, bei meiner Mama im Schrank gehangen und habe die Kleider von ihr angezogen, das habe ich nie getan, nein, sowas tut man nicht, also ich habe sowas nicht getan. Und bei meiner Frau auch nicht, weil meine Frau besitzt keine Kleider. So. ich weiß nicht wo die die dame die also hier uns ab fährt immerhin fährt die man so lange braucht man eigentlich ist der hof da gar nicht nicht bitte danke ist die heu trocknen das ist das was wir nicht loswerden wenn wir dann in den kuhstall damit damit die tiere nicht mal ein bisschen glücklich werden die also sehr stiefmütterlich behandelt die armen bildspieler in wundern die kinder bildschäden in dieses behandelt job kein bock zu arbeiten so behandeln würde ach warum nimmt er die jetzt da oben nicht das kann ja jetzt wohl nicht seine hand sein oder warum nimmt da jetzt die dämischen ballen von von da oben nicht ich glaube jetzt hat das aber genau okay 23 ballen 32.000 liter 46.000 liter also da sollte jetzt doch das ein oder andere ja der ein oder andere ball dafür sorgen dass es den kühnen besser geht so und wenn ihr vielleicht gleich mal hier zurückschicken zu feld 34 kann dann mal alleine hinfahren in der zeit aber da ist denn da sehen wir noch ein bisschen ausmisten wenn die muss noch mal in den stall gehen sondern ist die miste machen der kiste kiste so so und dann b sieht schon mal gut aus so dann muss ich halt irgendwie rüber schieben so und dann sagen wir mal z bumm weg sind sie aber ach da sind noch welche so guck mal wie dann so den kühlen geht hallo kuh geht's dir da kann man viel milch raus man mein fräulein mein fräulein da kann man viel milch raus war ja habt ihr kein milch da habt ihr keine streichel maschine hier war achte ja echt ärgerlich warum nimmt er die jetzt hier nicht das kann doch nicht wahr sein stehen die ganze zeit hier im weg rum da muss ich noch mal gucken steigen mal eben hier ein dann fahren wir eine runde rückwärts so dann fahren wir vorwärts wieder in die stalle hinein mal gucken jetzt schaffe da an diesen an diesen ballen da vorbeizukommen ja echt jetzt liegen ja noch so dämliche ballen rum als hätte ich nicht schon genügend Probleme nein jetzt muss da noch einen ballen rum oh Gott das will sehr schön so fahr mal oh das reicht so ich glaube ich noch ein bisschen hier so du willst du wieder nicht mehr fahren hä warum willst du jetzt nicht mehr fahren halte das ist das denn schon wieder okay hey hallo aha ach guck mal geht doch wunderbar hier da war es auch ein anderes aber naja sehr geschickt sehr geschickt ich habe schon gesagt dass es sehr geschickt war da war es auch ein anderes mal sagen die Schaufel ist schon wieder voll so wir fahren jetzt mal ein Stück zurück gucken wir mal so hä was soll das denn jetzt das ist einfach Mist oh ne das spielen mich jetzt die Ärger oder was so komm wir fahren jetzt mal hier drüber ich gebe mal Gas oh 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 Moment Moment mal eben andere Betriebe vor mir anschalten hä geht da denn ah so okay mal andersrum geht doch so jetzt gehen wir mal vorwärts ein bisschen links ein bisschen rechts wir werden hier schon drüber ah da ich dachte auch alles in der Frage der Kunst des Farbens ist wenn die am Mist machen ja ach guck mal raus so mal gucken ob man das drüber einschmeißen jetzt gibt er das hier auch ne ich glaubt er da nicht ne ganz auf jetzt endlich so Moment ähm okay machen wir das mal so ähm so nochmal ein Stück zurück nochmal ein Stück runter so ein Stück hoch hier hallo was soll denn hier so ja ähm ich hoffe mal anheben ein bisschen drüber machen hier okay woanders hin damit also ne wenn du hier nicht willst ich kenne auch noch andere Mittel und Wege gar kein Problem kannst mich nicht ärgern ich lass mich nicht ärgern ja immer wieder neue Sachen die mir feststellen stehen da noch nicht so jetzt bin ich mal gespannt so wo sind die da zum Bild in ihrem Boden so ah hier guck mal da so machen wir mal hoch und dann machen wir mal hier diesen ach guck mal ha ist immer los geworden sehr schön begeistert so jetzt muss er nur noch wieder den Kuhstall wiederfinden spannend wo ist denn ja guck guck Kuhstall ich glaube ich ein bisschen zu weit gefahren okay naja egal so da ist er da wieder so ah macht das doch hier ganz gut oder was sagt ihr dazu ab geht's ja zur nächsten Runde ich glaube nächste Folge ich weiß mein Kaffee ist ja anstrengend hier gewesen ja mit Schmatz 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 können aber leiser schmatzen hier äh ist ja nicht normal ich weiß zwar dass das alles tierisch ist aber ja muss das unbedingt so laut sein so guck 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 ah hier kann man es ja wieder hin okay absenken so ja so die Dame wieder rufen hier sollte ja mittlerweile mal wieder zurück sein Entschuldigung ja ich sage danke für alle die heute wieder reingeschaut haben das war es an dieser Stelle von mir ja euer Endy macht's gut ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag solltet ihr gleich keine Zeit haben denkt an 14 Uhr gibt's noch eine weitere Folge mit mir mit dem Endy hier von der Kornwelt und bis dahin bleibt gesund euer Endy und bye bye